Hey, hallo allerseits, ich bin Fando und ich spiele Gems of War. Wir sind in der Woche der treibenden Sande und das können wir gleich hier mal sehen, denn alle Einheiten aus treibender Sande erhalten 10 auf ihre Fähigkeiten. Außerdem noch die Woche der Monster, also alle Monster erhalten auch nochmal 10% auf die Fähigkeiten. Und gibt es noch andere Events, die hier bedeutend sind? Es gibt eine neue epische Einheit und dann gibt es hier eine neue legendäre Einheit, die man mit den Event-Schlüsseln jetzt finden kann, das will ich doch gleich mal probieren. Kampfbrecher erscheint während der Kämpfe jetzt. Ihr wisst, das ist einfach eine Figur, die einfach ganz plötzlich in Kämpfen auftaucht. In ziemlich vielen Kämpfen taucht sie dann auf. Wenn man sie besiegt, kriegt man 50 Seelen extra. Warum nicht? Nimmt man mit. Macht vor allen Dingen sowas wie PvP etwas leichter, weil sie manchmal auch anstelle einer sehr schwierigen gegnerischen Figur kommen kann, die dann natürlich viel leichter ist zu besiegen. Was haben wir noch? Vergrabener Schatz, das neue Welt-Event und die Kampagne natürlich in der nächsten Runde. Okay, gucken wir uns das Ganze in Ruhe an. Erstmal die neue, nicht mythische, die neue Einheit generell. Wo muss ich die nachgucken? Ach ja, ein Shop. Da waren sie wieder meine geistigen Aussetzer. Wöchentliches Event. Bahir. Okay, gucken wir uns Bahir mal an. Sieht ja ziemlich cool aus. Es kann übrigens sein, dass das Video hier ein paar Verzögerungen hat. Ich gehe nochmal raus und wie rein das liegt, habe ich gemerkt, immer daran, wenn ich hier das öffne, dass hier so eine erste Maske kommt und dann nochmal eine zweite Maske aufgeht. Also, falls ihr hier ein paar Probleme habt mit dem Video, weil es so ein bisschen stottert, das kann sein, kann ich leider, wenn ich aufnehme, kann ich das leider nicht vermeiden. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, aber ich beschreibe ja den Zauber sowieso. Füge einem Feind 45 Schaden zu, das ist dann Magiewert plus 3. Wenn der Feind ein Monster ist, fessele ihn. Wenn er ein Drache ist, verursache dreifachen Schaden. Also gegen Drachen wäre das vielleicht gut, gegen Monster vielleicht auch, aber an sich macht die Figur nur Schaden. Gucken wir uns mal kurz die Eigenschaften an. Doppelter Schaden gegen Drachen, doppelter Schaden mit Schädeln gegen Monster und erhalte für jeden Verbündeten mit einer vereinigenden Eigenschaft. Da ist es wieder zwei Leben. Es ist also jetzt die dritte Figur, die diese vereinigende Eigenschaft hat und ins Spiel gebracht wird. Noch brauchen wir die nicht, dass er gegen Drachen besonders gut ist, der gute Bahir. Okay, aber eigentlich lohnt es sich nicht wirklich, ihn zu holen. Natürlich sollte man eine wenigstens kaufen oder wenn man genügend Ruhm hat, dann kauft man gleich den Bahir gleich bis mythisch hoch. Und das mache ich natürlich einfach schon wegen des Königreiches. 80.000 Gold sind noch mit im Gepäck und 32 Ruhmschlüssel. Ja, ansonsten die Figur nicht so überzeugend. Und ich muss mal wirklich abwarten oder lasst uns mal alle noch abwarten, was das wirklich mit den vereinigenden Eigenschaften dann wird. Wenn man mindestens vier oder fünf oder sechs schon kennt, dann kann man vielleicht ein Team damit zusammenbauen und mal schauen, ob das denn irgendwie vernünftig ist. Frosch im Hals. So, dann natürlich bei den Ressourcen die Kriegsbeute mitnehmen. Ist ja klar, zehn Stück pro Woche wegen den Eventschlüsseln. Wo wir bei den Eventschlüsseln sind? Eventschlüsseln können wir jetzt ausgeben. Welche Monster kriegen wir da? Nicht nur die neue legendäre, das werde ich gleich mal probieren, sondern auch nur Einheiten aus treibender Sande für eine Woche. Also, treibende Sande. Gucken wir mal, was es da überhaupt für Einheiten gibt. Treibende Sande und natürlich alle Anzeigen und am besten noch sortieren nach Basis-Seltenheit. Es gibt zwei mythische und beide sind eigentlich ganz gut. Ich persönlich habe so eine kleine Lieblingseinheit von den beiden auf jeden Fall Shabanu. Ich mag Shabanu sehr, sehr gerne. Sie setzt sich zwar nicht allzu viel ein, aber gegen manche Teams ist sie hervorragend. Ich sage nur, ja, ich sage es warum nicht, gegen Leben und Tod. Finde ich Shabanu ein absolutes Superteam, falls ihr das noch nicht dagegen probiert habt. Das gewinnt mehr als 90% gegen Leben und Tod. Jedenfalls bei mir. Skorpius ist auch interessant. Der war mal ganz, ganz wichtig wegen des Vergiftens oder andersrum. Wenn Leute vergiftet sind, dann tötet er die gleich und zwar die zwei letzten. Verursache Vergiften, wenn dein Angriff trifft. Unempfindlich und Wüstenkönig. Das heißt, alle braunen Verbündeten kriegen 1 auf alle Werte am Anfang des Zuges. Das ist es nicht. Es ist wirklich sein Zauber und das ist schon spannend. Wenn man das also mit Vergiftung zusammenspielt, kann der sehr, sehr gut sein. Allerdings gibt es auch einige Immunitäten gegen Gift und da sollte man aufpassen, weil dann ist das ziemlich ätzend, weil dann ist der Schaden einfach nicht gut genug und der sammelt ja auch kein Mana. Er braucht 28. Das ist echt viel. Also die Figur ist wirklich nur dann gut, wenn man konkret mit Vergiften arbeitet. Der große Schlund wird manchmal noch eingesetzt, weil er halt eine Figur verschlingt und danach gelb und braun erschafft. Das spielt aber keine Rolle mehr, denn sobald er verschlungen hat, ist er gesperrt, weil dieser Zauber einfach nur einmal genutzt wird. Aber eben dieses Verschlingen, das kann schon sehr stark sein, wenn man das auf eine verschlingbare, vielleicht auf die wichtigste gegnerische Einheit spricht, dann hat man selbst sehr viel bessere Werte, einen hohen Attackewert und an Position 1 kann man dann schon mächtig Schädelschaden machen. Also dafür ist die Einheit ganz gut. Sie wird gerne mal eingesetzt. Das ist die neue Obregonia. Können wir uns ja gleich mal angucken, auch wenn ich sie noch nicht habe. Fügt allen Feinden 43 Schaden zu und verursache Bluten. Nicht schlecht. Also allen Feind Schaden zufügen ist ja immer ganz gut. Zusätzlich noch Bluten. Bluten gibt es in, sagen wir mal, vier Stufen. Im Level 1, also einmal gesprochen, ist es ein Schaden pro Runde. Im Level 2 ist es drei Schaden pro Runde. Im Level 3 dann sechs und dann im Level 4 zehn Schaden pro Runde. Das kann schon durchaus interessant sein. Eigenschaften verursache Bluten bei einem zufälligen Feind beim Kombinieren grüner Edelsteine. Also mit grün zusammen ist Obregonia noch interessanter. Ein Elementar kriegt also auch 50% Chance, 50% Mana Start. Mit Maharaji Königin zum Beispiel ziemlich gut. Also ich glaube eine Figur, die nicht schlecht ist. Füge allen Feinden einen Schaden zu, wenn ich Schädel kombiniere. Okay, das sollten wir vergessen. Und auch zwei Leben bei vier oder fünf ist auch nicht so wichtig. Aber ich glaube, es ist eine ganz interessante Figur. Also warum nicht versuchen, sie zu kriegen. Was haben wir dann noch hier drin? Gar nicht so viel Wertvolles. Klar, da ist ein Troll wieder drin, der verdoppelt die Gelben. Falls man Gelb braucht, ist das gut. Nur ehrlich gesagt, wenn ich Gelb brauche, spiele ich lieber mit dem Alchemisten. Das ist irgendwie besser kontrollierbar für mich. Und dann finde ich hier noch Einheiten, die ich ganz gerne in der Arena verwende. Wie zum Beispiel Sandläufer oder auch Skarabi. In der Arena nehme ich ganz gute Einheiten. Und auch der Wüstenwurm. Und auch der Steingeist. Also für mich ist dieses Territorium oder das Königreich einfach das Arena-Königreich. Weil viele von den Figuren ich da wirklich gut einsetzen kann bei der Arena. Zum Djinn ist noch zu sagen, dass ich den jetzt mal aufgerüstet habe, weil Shabanu ja einen Djinn beschwören kann. Und dann hat er bessere Werte. Deswegen lohnt der sich vielleicht hier, dass man hier mal Orden vergibt an den Djinn. Das kann man ja nicht beliebig machen. Da muss man ja aufpassen und haushalten damit. Aber so Figuren, die nachbeschworen werden, da lohnt es sich schon, weil die dann einfach stärkere Werte haben. Ja, ich finde das Besondere an diesem Territorium sind nicht wirklich die normalen Figuren in Anführungsstriche. Sondern tatsächlich, dass sie für Arena gut ist und vielleicht die beiden mythischen, wobei ich dann Shabanu favorisiere und für sehr, sehr stark. Also sagen wir mal so, sehr eingeschränkt. Aber in dieser Einschränkung, wenn ich sie dann in einem Team spiele, ist sie dann wirklich sehr stark. Aber sie ist halt nicht prinzipiell gut spielbar, sondern nur in ganz bestimmten Teams und dafür dann super gut. Beatrix kriegt man hier leider nicht. Die kriegt man unten im tiefen Bienenstock, weil das gilt ja immer, das habe ich schon öfter erwähnt, für diese Figuren, wo zwei Königreiche oder zwei Territorium stehen. Ich bin ein bisschen belegt in der Stimme, wenn ich mal das kurz zwischendurch sagen darf. Also nicht wundern, wenn ich heute etwas anders klinge und mich öfter räuspern muss. Jedenfalls, die kriegt man hier nicht, also tiefe Bienenstock, wenn das da steht. Bei Beatrix zum Beispiel steht das. Oder hier ist Karabeusritter, den würde man hier auch nicht finden. Okay, dann gucken wir uns das Gildenevent an. Vergrabener Schatz. Ich lese es diesmal nicht vor, in Anbetracht meiner merkwürdigen Stimme. Ich gucke mal, was man im Shop einkaufen kann. Man kann keine Waffe, also man kann nur entsprechend Siegel kaufen und natürlich Tokens und die Tränke und so weiter. Und was machen die? Schädel und Zauberschaden. Also, wenn man Orden der Omen hat, hat man 160% Schädel und Zauberschaden. Das heißt, es ist fast egal, womit ich spiele. Ich kann sowohl mit Schädeln spielen, als auch mit eben Magieschaden. Wollen wir mal schauen, wie dann so ein Team aussehen kann. Zu dem hier komme ich gleich. Stellen wir erstmal das Team zusammen. Ich darf nur Einheiten verwenden, die aus treibende Sande kommen. Und dann fällt mir sofort eine Figur ein, die ihr gerade auch gesehen habt. Und das ist Königin Beatrix. Also auch hier werde ich nochmal ordnen nach Basisseltenheit. Aber die kennt ihr ja jetzt schon. Königin Beatrix ist sicherlich die alles überragende Figur. Wenn ihr sie einfach dreimal reinpackt in euer Team, kann schon gar nicht mehr so viel schief gehen. Am besten noch eine Waffe dazu, die das vielleicht unterstützt, aber auf jeden Fall nicht die Farben blockiert. Mit Bogenschütze zusammen, damit ein grüner Sturm herrscht, wäre das eine Möglichkeit. Also das ist eine Möglichkeit. Tanzender Dolch habe ich hier genommen, weil er allen Feinden Schaden zufügt. Also nochmal etwas, wo ich allen Feinden Schaden zufüge. Und das machen die Beatrixer ja auch. Natürlich geht das hier auf Rüstung und die Beatrix direkt auf Leben. Aber irgendeine Waffe muss ich ja nehmen. Bei den Waffen habe ich gar nicht so viel Auswahl. Ich zeige mal alle Waffen. Und da sieht man, ich könnte halt noch eine Waffe wählen, wie zum Beispiel hier Stechener Wind. Das passt gut zu treibende Sande. Danach schaffe ich nämlich eine Mischung aus 24 gelben und braunen Edelsteinen plus Schaden. Das ist eigentlich eine super Waffe, aber gelb und braun braucht nun mal Beatrix gar nicht. Deswegen ist die Frage, ob ich sie verwende, zumal sie auch noch blau hat. Also ich würde sie verwenden, wenn ich ein anderes Team nehmen würde. Da könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel mit dem großen Schlund zu arbeiten. Wenn ich den jetzt an Position 1 setze, dann macht die Waffe Stechener Wind natürlich Sinn, weil ich dann das sehr schnell pushen kann, diese erste Figur. Das wäre noch so eine Alternative, dass man sagt, nee, ich spiele mit, okay, packe ich es mal rein. Ich spiele mit großer Schlund und stechener Wind. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, habt ihr zwei Teams von mir gesehen, beide wie gesagt komplett ohne mythische Figur. Müsste soweit ganz gut klappen. Ja, und ansonsten, wenn man mit Schabano spielen will, dann könnte man zum Beispiel auch mit dem Rock noch spielen und den dazu setzen. Der dann Attacke und Leben dazu kriegt. Der Zauber kann zwar nur einmal genutzt werden, aber den an Position 1 und dann mit Schabano und dann kommt vielleicht per Zufall dann Schädel. Dann kann das auch sehr schnell gehen, dass der Gegner weg ist. Ansonsten kann ich noch empfehlen, Skarabi zu nutzen. Füge zwei zufälligen Feinden 45 Shand zu, aber dann betäube und vergifte sie. Und wenn man also mit Scorpius spielen will, dann würde das ganz gut passen, Figuren zu nehmen. Die eben vergiften. Und Skarabi vergiftet nun mal als Beispiel. Also habt ihr noch ein paar andere Ideen mit. Ich glaube, ich spiele mit den Beatrixen und der Waffe, die ich denke, die dazu einigermaßen passt. Und da habe ich mir jetzt einfach mal den tanzenden Dolch ausgesucht. Okay, dann schauen wir uns die Seelenschmiede an. In der Seelenschmiede wird es jetzt spannend. Erstmal die Waffen. Klinge des Sandes. Füge dem letzten Feind 54 Schaden zu. Entferne alle grünen Edelsteine, wenn ein Erdsturm herrscht. Und erschaffe einen Erdsturm. Braucht eigentlich kaum einer. Diese Figur wäre nur, dass man sie überhaupt im Team hat. Aber eigentlich braucht man die nicht. Kristallachst. Ist für verbündete Monster. Das passt gut zur Dervischklasse, die ja davon profitiert, wenn man mit Monstern spielt. Oder andersrum. Die Monster profitieren davon, wenn man in der Dervischklasse spielt. Da hätte man eine Mischung aus braun und grünen Edelsteinen, wenn man nur mit Monstern spielt. Also eine der typischen Mischwaffen, die nur dann Berechtigung haben, wenn man wirklich mit drei oder vier Monstern im Team spielt. Was man machen kann, weil Monster gibt es durchaus ganz vernünftig. Ist trotzdem keine der Waffen, die man unbedingt braucht, mit denen man unbedingt spielen muss. Dolch des Sandes ist auch nur so eine Anfängerwaffe für das erste Mal, wenn man in treibende Sande spielt. Da macht man nämlich doppelten Schaden mit. Ja, und was gibt es da noch? Dann haben wir eine Waffe, von der muss ich erzählen. Die ist besonders und die solltet ihr euch auch holen, wenn ihr sie nicht habt. Die Axt der Verdammnis. Eine der Verdammniswaffen, die so wertvoll sind. Verwandte lila Edelsteine in Totenschädel. Das war es auch schon. Allein dafür ist das schon wertvoll. Aber dann kommt noch Füge allen Feinden Schaden zu plus 1 pro Verhärtungslevel. Auch gut, nimmt man auch gerne mit. Aber vor allen Dingen ist es natürlich Lider in Totenschädel. Also eine super Waffe werdet ihr oft benutzen können. Könnt richtig viel Schädelschaden damit machen. Solltet ihr euch unbedingt kaufen, wenn ihr die noch nicht habt. Diese Verdammniswaffen, die so gut sind, die kommen nur sehr, sehr selten. Tatsächlich würde ich lieber mich für so eine Waffe entscheiden, als für eine mythische Figur. Denn die mythischen Figuren, die man braucht, kommen häufiger als die Verdammniswaffen. Das solltet ihr im Kopf haben. Stechner Wind, haben wir schon vorhin erzählt, ist die andere Mischwaffe für Einheiten aus treibender Sande. Durchaus auch mal interessant, aber nichts, was man häufig verwenden wird. Und dann haben wir noch hier den Scarabeus von Nefertani. Reduziere eine zufällige Fähigkeit eines Feindes um 44, verfluche ihn, belege ihn mit dem Todeszeichen, lass ihn erkranken. Tja, ich weiß nicht. Also wenn das Leben ist, ist es halt einfach nur Schaden. Wenn das Rüstung ist, ist es quasi, also wahrer Schaden. Wenn es Rüstung ist, ist es quasi normaler Schaden. Wenn es Magie ist, kann es ziemlich eklig sein für den Feind. Dann ist das vielleicht ganz passend. Und bei Attacke kann es auch, wenn es an erster Position ist, für euch positiv sein. Aber ich glaube, es gibt da wichtigere Waffen und spannendere. Aber Axt der Verdammnis, Leute, ihr müsst sie holen. Also ganz klar. Zu den Einheiten. Jetzt wird es mal richtig spannend. Da haben wir Scorpius. Ja, Scorpius gibt es allerdings auch jetzt, bevor ihr... Also natürlich, wenn ihr die... Ah, habe ich noch gar nicht gemacht. Muss ich noch machen. Wenn ihr die Event-Schlüssel ausgibt, dann könnt ihr ja auch Scorpius kriegen. Also bevor ihr ihn hier probiert, gebt erstmal eure Event-Schlüssel aus. Vielleicht ist Scorpius ja dabei. Ich habe ja schon erwähnt, Scorpius wurde vor allen Dingen viel in Oskar gespielt und Oskar ja gespielt. In dem Team, wo durch Eurali zusammen, das war so ein kongeniales Paar, Eurali und Scorpius, wo Eurali alle vergiftet und Scorpius dann tötet. Dadurch war es eines der schnellsten Teams überhaupt. Jetzt ist da eine Figur, sind es zwei inzwischen, die Immunität haben, gegen Vergiften drin. Deswegen funktioniert es nicht mehr ganz so gut. Aber nach wie vor ist das eine schöne Kombi. Scorpius, dafür kann man ihn gut verwenden. Der Weltenbrecher, ja, der Weltenbrecher, bei dem bin ich immer wieder skeptisch. Ich höre auch immer wieder aus der Community, der ist super, mit dem spiele ich super gerne. Er kostet halt, na er kostet nicht, aber er braucht 30 Mana. Das ist so viel. Klar, er lässt auch sehr viele Edelsteine explodieren, fast schon das gesamte Spielfeld und fügt dann allen Feinden 40 Schaden zu. Ich gehe diesmal hier auf den Schreibfehler nicht ein. Also Schaden machen und gleichzeitig Edelsteine explodieren lassen ist eigentlich immer super gut und super wichtig. Und sage ich auch immer, toll, super, so eine Figur ist klasse. Mich stört einfach nur dieses 30 Mana. Ehe der wieder voll wird. Wenn man Glück hat, kann es sehr schnell gehen. Wenn es aber nicht liegt, dann überhaupt nicht. Und dann hat man echt dran zu knabbern an den 30. Naja, erhalte 5 auf einen zufälligen Wert bei 4er oder mehr Kombinationen. Hört sich besser an, als es letztendlich ist. Und auch reflektiere, Schädelschaden ist nicht so wichtig. Also es ist wirklich mehr der Zauber. Soll ich raten, ihn zu holen? Für mich ist er nicht Top 10. Also das muss ich ganz klar sagen. Deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, ihn holen. Wenn ihr noch andere Top 10 Figuren offen habt, dann würde ich den nicht holen. Aber der ist natürlich auch nicht schlecht. Im oberen Mittelfeld würde ich ihn ansiedeln. Skadi hat eine Besonderheit, aber die ist nicht so spannend. Die Besonderheit ist nämlich der Schneesturm. Erschaffe am Anfang jedes Zuges einen Eisturm. Wer kann das schon? Wer hat das schon? Wer mag das schon? Das war die letzte und entscheidende Frage. Braucht man diese Figur einfach, um einen ständigen Eisturm zu haben? Das Problem ist, dass das der Zauber selbst gar nicht so heftig gut ist. Gefriere und verursache Mana-Brand dabei den ersten beiden Feigen verstärkt durch die Magie. Okay. Immerhin beschwürgt Skadi noch in Königin Marb das, was interessant sein kann. Also sie hat eine Berechtigung, Skadi. Ich habe mir mehr versprochen, als ich sie geholt habe. Immerhin braucht sie nur 20 Mana. Also wer unbedingt einen blauen Sturm braucht und das nicht über Klassen machen will, wie zum Beispiel, ich glaube, Attentäter oder Seeräuber, glaube ich auch, blauen Sturm. Oder es gibt da ein paar Klassen. Für den ist Skadi vielleicht interessant. Aber auch keine der Top Ten Figuren. Und dann kommt noch Sykoras. Und Sykoras erinnert mich ein wenig an Schabano Vespera, die jetzt gerade auch in den treibenden Sanden zu bekommen ist. Hat so eine ähnliche Mechanik. Auch er, Sykoras, sorgt dafür, dass eine bestimmte Mana-Farbe sehr oft auf dem Spielfeld ist. Und das, im Idealfall, lupt ihn selbst wieder. Und er ist ständig dran, ständig dran, ständig dran. Und die anderen kriegen immer mehr Leben dazu. Und da gibt es ja ein paar Figuren, die das benutzen. Wie zum Beispiel Yao Guai. Je mehr Leben, desto mehr Schaden. Und dann wird der halt besonders gut. Er verdoppelt nämlich die Anzahl der Edelsteine. Einer gewählten Farbe auf dem Spielfeld erschafft er drei weitere Edelsteine dieser Farbe. Wenn ihr also eine Farbe wählt, die er selbst hat, dann wird er sehr wahrscheinlich lupen. Und zwar kann man fast sicher davon ausgehen, bei zwölf. Gibt es also zwölf Edelsteine auf dem Spielfeld, dann würde ich die Farbe auswählen. Und dann gibt es eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass er einen Vierer kriegt und nochmal dran ist und auch wieder voll ist. Darunter wird schwierig. Bei zehn ist es oft der Fall, dass es nicht klappt. Bei 14 würde ich sagen, klappt es immer. Das ist in etwa so diese Kategorie, die ich im Kopf habe. Von diesen Vieren hier ist für mich persönlich, das ist gar nicht so leicht zu sagen, aber ich glaube doch, ich würde Sykorax als erstes besitzen wollen, weil ich mit dem einfach in vielen Teams gut arbeiten kann. Sobald er voll ist, kann ich in einem grünen, blauen oder braunen Team toll mit ihm arbeiten. Wenn ich Einheiten habe, die, wie gesagt, durch das Leben nicht nur robuster werden, sondern vielleicht sogar das in mehr Schaden umwandeln können. Denkt mal dran, dass alle tauren, zum Beispiel so die typische Taurus-Einheit, die macht das ja fast immer, dass man mehr Schaden macht, je mehr Werte man hat. Und da gehört auch oft Leben zu. Also, von daher, den würde ich glaube ich als Nummer eins setzen. Danach ist es gar nicht so leicht. Scorpius hat eine Berechtigung mit dem Töten, Weltenbrecher. Tja, vielleicht, oh, ich kann das nicht sagen. Die sind halt so anders. Weltenbrecher macht halt Schaden und sorgt für Mana. Und Scorpius tötet halt sofort. Aber auch nur zwei, aber immerhin, wenn die vergiftet sind. Oh, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich würde die fast gleichwertig setzen, aber sehr anders in ihrer Art. Und als vierte dann Skadi, die trotz des blauen Sturms trotzdem nicht so wertvoll ist. Am Dienstag kamen wir Angriff aufs Territorium. Das Territorium, das man da angreifen darf, ist Duergaroth. Wollen wir gleich mal gucken. Das Zwergenterritorium. Da ist es. Duergaroth. Wie habe ich das gespielt? Ich vermute mal noch gar nicht. Genau, es ist noch komplett leer. Obwohl es auf 2005 ist. Also 2500 Punkte schon voll ist. Das liegt einfach daran, ich spiele diese Territorium und das kann ich jetzt schon mal vorgreifend sagen für in ein paar Minuten. So, dass wenn die rauskommen am Freitag, wenn immer ein neues Territorium kommt, gibt es ja drei Tage. Nämlich Freitag, Samstag, Sonntag. Dann versuche ich an diesen Tagen einiges an Edelsteine auszugeben, um im Shop einzukaufen. Um die letzte Stufe ein paar Mal zu kaufen, dass die Werte so hoch sind. Und wenn die Werte hoch sind, dann spiele ich das komplett durch an diesen drei Tagen. Weil das sehr viel entspannter ist, an drei Tagen durchzuspielen, als an nur einem Tag, wie an diesem Dienstag. Und deswegen habe ich das dann immer am Wochenende erledigt und brauche es danach nie wieder spielen. Ja, und was könnte man denn hier wählen? Welche Farben darf man nehmen? Man darf braun nehmen und lila. Und ihr wisst ja, dass es eine Einheit gibt, die einfach die beste Einheit im Spiel ist, wenn es darum geht, das Territorium zu besiegen, auf Level 500. Das macht man mit dem Hochkönig Eisenbauch. Sobald man ihn im Team hat, ist das kein Problem. Als Waffe nimmt man den Bergzermalmer beispielsweise an Position 1. Achso, Bergzermalmer. So, die Waffe an Position 1. Und dann kommt, was kann man nehmen? Lila ist dann Lila und Braun. Okay, Apotheke, Alchemist nicht. Doch, Alchemist war es. Dann Alchemist rein. Der verwandelt in Gelb. Ich würde euch auch noch anbieten, den Schreckhahn reinzunehmen an Position 2. Das wäre auch noch eine gute Möglichkeit. Der macht braunes Mana. Alchemist sorgt für gelbes Mana. Das soll der Hochkönig kriegen. Und unten nehmt ihr halt die Figur, die ihr habt, die dafür sorgt, dass dass die Immunität gegen Verschlingen aufgehoben wird. Das könnte der besessene König sein, wenn ihr dann seinen Zauber auslöst. Oder Vestagen könntet ihr dazu nehmen. Wenn ihr die nicht habt, könntet ihr Amaru nehmen, beispielsweise auch so eine Figur, die verflucht, betäubt und vergiftet. Also es gibt die, die auch Gelb hat. Ist vielleicht gar nicht so schlecht mit den Alchemisten zusammen. Das wäre so ein Team, was ihr spielen könnt. Klasse dann. Titan natürlich. Wächter geht auch. Eine Klasse, die euch eine Barriere gibt bei Braun. Wäre dann perfekt. Okay, sollte kein Problem sein. Mittwoch ist wieder Haustiertag. Also schon mal Halsband kaufen und mit dem Haustier Gassi gehen. Ich glaube, es ist ein neues Haustier. Es ist ein Osterhaustier. Da sieht man schon dieses Ei hier. Naja, spielen, Achtkämpfe machen, dann ist das schon vorbei. Am Mittwoch ist wieder mein Stream um 19 Uhr. Und wo ich schon dabei bin, am Sonntag, Ostersonntag, gibt es kein Stream. Der fällt da aus. Es ist Ostern und da streame ich nicht an dem Sonntag. Es kann sein, dass ich den Tag davor oder den Tag danach am Montag einfach mal so reinkomme und da eine Stunde, zwei Stunden streame. Das kann sein, aber der typische Sonntag 18 Uhr Termin, der findet nicht statt. Das weiß ich jetzt schon. Donnerstag, die Klassenprüfung, ist Dervisch. Ja, Dervisch ist eine Klasse, die ich eigentlich nicht besonders gut finde. Dervisch in den Eigenschaften gibt allen verbündeten Monstern zwei auf alle Werte bei vier oder fünfer. Das kann sich schon summieren. Also es ist eine Klasse, wo man mit Monster spielen sollte. Habe ich ja schon gesagt vorhin, dass das diese Monsterklasse ist. 20% Schaden durch Schädel auszuweichen ist nicht wirklich wichtig und das erst recht nicht. Und von den Talentbäumen her ist immerhin Stürme drin. Stürme hat ja die Möglichkeit, einen Erststurm von Anfang an zu haben und auch Blitzschlag, was diesen Sturm-Talentbaum ziemlich gut macht. Was haben wir hier noch drin? Das Zeichen des Jägers, die Jagd an der ersten Position zu nehmen, macht auch sehr viel Sinn. 5 Gold in jedem Zug, Verstärkung wird ganz gern mal benutzt, Ausweichen nochmal 30%, Chance Schädelschahne auszuweichen. Meines Erachtens ist das aber so, dass nur eins von beiden gilt. Also dann die 30%, aber nicht zusätzlich noch 20% dazu. Ich glaube, so ist das. Sollte das doch anders sein und ihr habt andere Informationen, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber sonst geht davon aus, dass es wirklich dann bei 30% bleibt. Dann ist die Frage, ob sich das überhaupt lohnt. Da würde ich natürlich Blitzschlag reinsetzen, was ich gerade noch nicht gemacht habe, aber jetzt tu. Alle gelben Verbündeten kriegen zwei Attacke. Naja, der Winterlandbomb ist nicht so spannend. Gelbe Verbündeten starten mit 10%, naja, zwei Magie bei Verwendung einer Rakete und Achtrüstung. Also der Winterlandbomb ist sicherlich nicht so spannend. Es sei denn, man spielt mit Ströckse, dann könnte der Attacke dazu gewinnen, interessant sein, aber ist es eigentlich auch nicht wirklich. Hier bei der Position 100 nimmt man eigentlich in der Regel das mit den Elementaren, weil es gute Elementare gibt und man öfter mit Elementaren spielt. Die Derwisch-Klasse für mich nicht so super spannend, aber mit dem großen Schlund, den ich vorhin vorgestellt habe, zum Beispiel, der kriegt ja dann auch immer noch ein paar Werte dazu bei 4 oder mehr Kombinationen. Also man kann es schon gebrauchen, aber man sollte da wirklich mit Monster spielen. Dann erst wird die Klasse wirklich interessant. Am Freitag und jetzt sind wir da, was ich vorhin schon meinte, kommt ein neues Territorium. Also in der Unterwelt hier gibt es einfach jetzt ein neues Territorium, was ins Spiel kommt und dieses neue Territorium startet eben wie gesagt am Freitag. Es ist ja jetzt 9 Uhr immer, nicht 8 Uhr wegen der Zeitverschiebung. Es sind die Tropfhöhlen, die da ins Spiel kommen und da gibt es wieder vier neue Einheiten und so weiter. Also nochmal spielt dieses Territorium, wenn ihr könnt und die Edelsteine habt, möglichst an diesem Wochenende durch, weil es viel entspannter ist. Sonst müsst ihr mühselig das an einem Dienstag spielen oder Glück haben und immer wieder probieren, um dann das an einem Nicht-Event-Tag durchspielen zu wollen. Mit den Einheiten des Territoriums ist sowas meistens sehr, sehr, sehr hart. Und noch ist nicht wirklich einzuschätzen, wie die Einheiten des Territoriums sind. Das könnte sein, dass es sehr schwierig wird. Aber da warten wir mal ab. Vielleicht erzähle ich da dann, falls ich Ostern irgendwie streame, ein bisschen mehr davon. So, und jetzt habe ich noch zwei Sachen nachzuholen. Das war das Freitag-Event. Nachzuholen habe ich nämlich zum einen das Event, die Schlüssel auszugeben und auch das Gilden-Event noch mal kurz zu bequatschen. Ist ein bisschen kreuz und quer. Tut mir leid dafür, aber hier wollte ich noch mal sagen, worum es hier geht, wie man am besten dieses Event jetzt spielt. Ich fange mal an bei der Wertigkeit der Beute mit den Kämpfen. Es gibt nämlich den schlechtesten Kampf, den sehe ich hier zum Glück nicht. Das ist Bulette. Da gibt es nur zwei Nahrung und das sind letztendlich zwei Punkte. Also eine Nahrung gleich ein Punkt. Dann Pögra. Sieht man hier viermal, gibt vier Punkte, zweitschlechtester Kampf. Und dann kommen drei gleichwertige. Saguaro, wie ihr hier seht, dann Behemoth und der große Schlund geben euch sechs Punkte. Das heißt, die sollte man machen und die geben auch einen kleinen Bonus. Da ist nämlich wieder mal ein Zufallsfaktor drin. Man kann da eventuell auch mal mehr bekommen als diese sechs Nahrung. Das ist halt, wie gesagt, vom Zufall abhängig. Und dann kommt noch als letztes der eine offene Kampf Obregonia. Den sieht man hier noch gar nicht. Da gibt es vier Schätze und ein Schatz ist fünf Nahrung wert, also 20 Punkte, 20 Nahrung, wenn man so will. Das heißt, das wäre der beste Kampf. Wenn man den hat, sollte man Obregonia machen und danach gleichwertig Behemoth, Saguarro oder große Schlund und wahrscheinlich am besten die Kämpfe, die noch das geringste Level von denen haben, weil ja nicht die Höhe des Levels mehr Punkte gibt, sondern prinzipiell nur ein Zufallsfaktor gibt den mehr Punkte. Ja, okay. Das noch dazu, damit ihr das auch gehört habt. Und jetzt öffne ich noch ein paar Truhen für treibende Sande. Machen wir mal die 50er Truhen in der Hoffnung, die legendäre zu bekommen. Ich habe eine gekriegt, aber das war nicht die richtige. Und da ist Obregonia schon bei. Okay, cool. Wollen wir sie doch gleich mal aufwerten. Ich gebe es gleich mal ein. Obregonia aufwerten. Hier bräuchte man insgesamt nochmal 5 extra. Weiß ich nicht, ob ich jetzt so viel ausgeben will, um die auf 5 zu kriegen. Ich glaube, ich warte da noch ein bisschen ab. Die Eigenschaften bringe ich schon mal hoch. Genug habe ich, dass ich mir das so leisten kann. Ansonsten wäre hier auch noch ein kleiner Trick, dass man, wenn man die himmlischen Steine sparen will, dass man hier nur bis zum mittleren aufwertet und dafür halt auch die ganzen Steine nimmt. Aber dann den letzten mit Ob der Weisheit nimmt. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, ein kleines Ob der Weisheit auszugeben. Und dann hat man die letzte Stufe und man hat die himmlischen gespart. Wenn ihr also noch nicht so viel davon habt und da sparen wollt, wäre das eine Möglichkeit, weil die kleinen Obst der Weisheit, die gibt es wirklich zu Genüge, wie ihr hier auch bei mir sehen könnt. Also davon könnte ich wirklich den einen oder anderen entbehren. Okay, noch das Ganze hochbringen, haben wir geschafft und dann sieht Obregonia bei mir so aus. Füge allen Fallen 43 Schaden zu, Verursache Bluten. Ja, also, ganz nett. So kriegt man die, hier könnte man sie direkt in einem Angebot noch verbessern. Würde ich nicht empfehlen, ist nicht besonders gut. Das, was man zusätzlich noch kriegt, ist einfach nicht 15 Dollar wert, muss man ganz klar sagen. Ja, also das war dann die Event Schlüssel ausgeben, um diese Figur zu kriegen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Oder ich glaube, ich habe doch was vergessen, weil es ist doch jetzt wieder der erste Freitag im Monat. Richtig, erste Freitag im Monat. Ab Freitag gibt es nicht nur das Territorium, sondern auch wieder eine neue mythische Einheit. Huanglong kommt ins Spiel. Okay, wie mache ich das? Wo setze ich dann einen Stream rein? Eigentlich wollte ich ja Sonntag nicht streamen, das geht auch Sonntag nicht. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Zunöt passt ein bisschen auf, wann ich streame. Dann könntet ihr vielleicht die neue Einheit sehen, in Aktion sehen und vielleicht schon erste Teams. Am besten empfehle ich euch, wenn ihr da das nicht verpassen wollt, abonniert doch meinen Kanal und aktiviert die Glocke bei YouTube. Da gibt es immer so eine kleine Glocke. Wenn man da raufgeklickt hat, dann kann man sich die neuen Nachrichten zuschicken lassen. Wenn ich also ein neues Video hochlade oder einen neuen Stream mache, gerade oder in den Stream reingehe, dann bekommt ihr eine Nachricht, dass ich jetzt live bin, online bin oder so und dann verpasst ihr das nicht, wenn ihr es dann möchtet. Gut, so viel dazu und wenn ihr schon bei YouTube seid, guckt doch gerne auch mal in die Playlist. Da geht ihr auch am besten auf meinen Fundo-Kanal und guckt mal in die Playlist, weil dann seht ihr, was ich alles für Videos habe, denn ich habe noch einige Videos mehr als die, die ihr nur so immer von mir angeboten kriegt. Also da könnt ihr auch mal gucken, ob da noch andere Videos vielleicht für euch in Frage kommen, angeguckt zu werden. Also schaut mal einen Blick in die Playlists rein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich drücke euch die Daumen, wenn ihr die neue mythische Figur kriegen wollt und das versucht am Freitag ab 9 Uhr. Daumen sind ganz fest gedrückt und ja, wir haben bestimmt Kontakt und wenn nicht, ihr könnt ja jederzeit zu mir Kontakt aufnehmen, einfach über die Kommentarfunktion eingehen. Ich lese alles und antworte recht zeitnah. Also wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel zum anderen Team im Welt-Event oder ähnliches, lasst es mich wissen. Ich bin gern für euch da. Bis zum nächsten Mal. Euer Fando sagt Ciao Ciao. Habt eine schöne Woche. Ciao.